Musik Hey lieben, hier ist wieder Todkirchen und heute gibt es eine Runde Vorherrschaft auf der fehlerhaften Übertragung. Ich habe versucht auch Spiele auf den anderen Karten zu finden, aber leider bin ich immer nur in leere Lobbys gekommen und deswegen spiele ich heute mal wieder Vanilla Maps. Da habe ich sowieso am meisten Bock drauf, weil es einfach meine Lieblingsmaps sind und irgendwie finde ich keine Gegner. Hallo, guten Tag, hier ist das halbe Team. Und ich bin als Pionier drin, ich vollidiot. Egal. Friss. Hier ist doch... Ja, danke. Na gut, dann nehmen wir halt ein. So, viele haben sich mal mir ihren Live-Kommentary gewünscht, warum auch immer. Ich finde die Nachkommentierten sind irgendwie etwas sauberer. Aber wer weiß, vielleicht habt ihr ja da Spaß dran, mir beim Verkacken zuzugucken, wenn ich hier eine ganze Runde spiele. Aber irgendwie sehe ich auch keine Gegner. Ja, okay. Und ich verkack natürlich maßlos. Ich habe jetzt die ganze Zeit mit LMGs für diesen komischen Phantom-Auftrag gespielt. Und ja, ist halt nicht so schön, ne? Apropos LMGs, wir könnten ja wieder eins mitnehmen. Ich habe als Zweitwaffe übrigens die Unica 6 dabei. Ich muss sagen, die gefällt mir momentan sogar fast besser als die Deagle. Ich habe mit der jetzt gespielt, einfach um die Deagle freizuschalten. Und ich habe momentan mit der irgendwie mehr Spaß gehabt. Ich weiß, klingt komisch, aber ich kann mich dagegen nicht erwehren. Jetzt hockt da bestimmt oben wieder ein Sniper. Ja, komm, schießen wir in den Fuß. So, Squad Leader sagt er hoch. Dann gehen wir doch da hoch. Tod geht's into the rescue. Ist hier keiner? Ne, hier ist keiner. Es gibt's ja nicht. Da auch nicht. Gut. Ich habe dich gesehen, mein Freund. Wow. Dankeschön. Ich bin ein Arschge... Dankeschön. Es gibt doch noch gute Spiele. Es gibt's überhaupt nicht. Es ist mir in den letzten Tagen so oft passiert, dass ich irgendwo gefallen bin und bin nicht gerätzt worden. Weil die ganzen Spieler irgendwie alle auf ihrem Ego-Trip fahren. Ich weiß nicht warum, aber die haben da irgendwie Spaß dran, jetzt nur noch auf Ego zu spielen. Warum auch immer. Schade. Ah, hier oben ist keiner mehr. Schup. Ich finde hier fast keine Gegner. Was soll das denn? Oh. Hallo? Wow. Okay. Willkommen bei Lagfield 4. Auf, 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 auf. Ich will da mit einnehmen. Ich will Punkte. Gebt mir Punkte. Gebt mir Punkte. Gebt mir Punkte. Wir haben gerade Einsatzstil Charlie verloren. Patron Librasio. Verritte. Wir kontrollieren jetzt Einsatzstil Bravo. So, und spielen wir halt rein. Das Objective ist auch okay. Haben wir noch irgendwo wen, der hier irgendwo... Der ist nicht da. Ist da oben wieder irgendwas? Nö. Ich sehe ihn jetzt gestorben. Ich sehe ihn jetzt gestorben. Ja, leucht mich doch an. Wir haben Einsatzstil Charlie erobert. Ja gut. Hier gibt es ja nicht so viel zu tun gerade. Kann das sein? Hallo. Fall doch endlich um. Nachladen muss ich noch gar nicht. Gib mir Leben. Gib mir Leben. Gib mir Leben. Gib mir Leben. Du Arschloch. Ich treffe gar nichts. Hallo? Hallo? Ich war doch voll drauf. Mensch, in Skinner. Lame jetzt. Na gut. Das kann man sich fast nicht angucken, was ich hier gerade tue. Ist aber... Leute. Wieso ist denn keiner von euch da? Los. Lass mich jetzt spielen. Warum seid ihr hier oben? Was seid ihr denn für Spacken? Na. Muss ich von hier oben springen. Auf. Komm. So. Offenbar ist da drüben jetzt keine Sniper. Jetzt bin ich am Arsch. Bravo wurde gerade neutralisiert. Wieso campen Leute bei so einem Modus? Jetzt mal ganz ehrlich. Dann habt doch lieber eine negative KD. Und dafür ein paar... Und dafür ein paar... Ficken! Du hast ein paar Tage nichts gespielt und triffst keinen Meter. Gibt es nicht. Gibt es einfach nicht. Ich weiß nicht, wo heute mein Aim hin ist. Ich glaube, das ist einfach weg. Aber meiner Meinung nach muss man auch mal... Was nehme ich denn jetzt mit? Äh... MG4. Muss man auch mal schlechte Runden aufnehmen. Ich verstehe nicht, wie Leute immer nur so großartigen Krempel aufnehmen können. Und sich dann hier als die Mega-Spieler hinstellen. Wenn sie in Wirklichkeit vielleicht einfach auch mal... Ficken! Daneben schießen. Ja, ich fluche heute ein bisschen mal. Das darf auch mal sein. Ich habe lange nicht gespielt. Darf man sich auch mal aufregen, meiner Meinung nach. Komm, auf! Was kämmt ihr denn da hinten? Seid ihr alle behindert? Guck mal, hier ist ein Punkt. Den kann man einnehmen, ihr... Kackkinder. Elende. Wie ich sowas hasse, wenn Leute nicht wissen, wie man Objective spielt. Ich glaube, ich muss da so ein Tutorial machen. Da sind Punkte. Die muss man einnehmen. Oh, das Spiel ist sogar schon vorbei. Wir haben gewonnen. Ich glaube, da hänge ich sogar noch eine Runde dran. Okay. Und da sind wir mit der zweiten Runde. Wieder auf fehlerhafte Übertragung. Warum auch immer, ist mir jetzt aber auch wurscht. Ich mache erst das, was ich in diesem Modus tun soll. Nämlich erst mal Punkte einnehmen. Und mein restliches Team schimmelt wieder nur rum. Leute, laufen, laufen, laufen. Das ist kein Schimmelmodus. Gebt mal Stoff. So, ich renne direkt zu A weiter. Warum können die nicht schneller rennen? Wenn die die ganze Zeit irgendwie Titanfall oder so. Hallo? Hallo? Ich schieße eine Scheiße zusammen. Na, Dankeschön. Wenigstens ein vernünftiger. Guck's dir an. Ja, lauf, lauf, lauf. Punkt einnehmen. Ach, spring jetzt hier runter. Nehmen wir jetzt den direkten Weg. Ich habe keinen Bock. Hier auf vorsichtig und schallergeballer. Los, rein da. Camper im Dreierpack. Wow. Habt ihr mich erschreckt, Jungs? Auf, auf, weiter geht's. Summation. Hier mal gegen die Camper so eine kleine Falle rein. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich. Ich will nicht erschossen werden. Ich will nicht erschossen werden. Nein. Wo auch immer ich ihn erschossen habe. Los, komm, auf. Die dürfen diese Punkte nicht bekommen. Guck mal, und da campen sie schon wieder. Was macht ihr denn da? Auf. Wow, wow, wow. Von wo, von wo, von wo? Nein. Mit der Diegel. Die Sau. Menschenskinder. So, jawohl. Guck mal, so nimmt man einen Punkt ein. Rein da. Wow, wow, wow. Blablabla. Blablabla. Was macht der denn da? Er sitzt da. Kann mich jemand wiederholen? Bitte? Jawohl. Guter Mann. Ich weiß nicht, wo sie spawnen. Ich weiß nicht, wo sie spawnen, aber ich kriege gleich mies auf den Sack, so wie ich das kenne. Ja, super, hinter mir. Genau der richtige Punkt. Ich frage mich, warum ihr wollt, dass ich so einen ungeschnittenen Scheiß hochlade. Aber ich tue es nur für euch. Auf, 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 auf. Ja, am Arsch. Stirb. Hallo? 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 Oh, laufen, 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 laufen. Das wird mir gleich in den Arsch geschossen. Guck mal, da oben auf dem Dach sitzen sie. Die feigen Schweine. Oh, oh, da hinten kommt er. Nein. Böser Mann. Pfui. Komm, trau dich. Nein. No. Kacke. Geil, wie läuft's denn? Na, kann man sich sogar angucken. Gewinnen wir wenigstens. Ich geh mal davon aus. So, auf, rein da. Die sind oben. Los, los, los. Gib Stoff, Junge. Machen wir sie rund. Ach, die sind hier oben auf dem Dach. Die nehmen eh nix ein. Lappen. 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 Wo bist du? Hallo? Hat keine Lust. Hallo? Jetzt häng ich an dem Scheißding fest. Auf. Die sitzen hier echt auf dem Dach und schimmeln. Das gibt es nicht. Du bist bei mir, oder? Ja. Ihr seid so lächerlich. Oh. Wo bist du? Da. Da, 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 da. Der muss mich auch hassen. Den hab ich jetzt auch schon mehrfach geholt. Hallo, wo schieße ich denn hin? Guter Mann. Jawohl. Komm, rüber da. Ich bin ja eigentlich absolut kein Fan vom MG4. Aber irgendwie... Wow. Fick dich hart, bitte. Hat's mir jetzt das in den letzten Tagen ein wenig angetan. Ich hab ja vorher nur mit der Typ 88 LMG gespielt. Was ist in die Wien? Shit. Möchte noch jemand? Nein, traut sich keiner? Gut. Dann nutzen wir die kurze Pause doch mal zum Nachladen. 66 Schuss ist in dem MG4 nicht wirklich viel. Ich meine, da kann man immer noch was anfangen. Aber es ist halt trotzdem nicht überragend. Ja, da oben sitzt sie drin. Auf. Und wen nehmen sie auch schon wieder? Das geht gar nicht, Leute. Gebt mal ein bisschen Stoff hier. Da, 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 da. Stürm. Ach, wo auch immer ich hinnehme, ist mir egal. Ich darf das. Juggerbird. Ich muss nichts anderes als reinhalten. So, runter da. Einnehmen. Hopp. Wir haben Einsatzziel Charlie neutralisiert. Einsatzziel Charlie wurde erobert. So. Und rauf auf B. Los. Da oben sitzt er doch schon. Ich seh ihn doch. Leider keine Granaten mehr. Schade. Komm, drauf. Die machen wir kalt. Hast's er? Schade. Einnehmen. Oh, jetzt merken sie, dass sie verlieren. Jetzt hören sie mal auf zu campen. Guck's dir an. Gibt's ja nicht. Wo ist der? Der kommt doch jetzt hier. Nein, nein, nein. Mit sieben Leben ist das halt auch mutig, ne? Shit. So, auf, komm. Ich will wieder einsteigen. Ich will mir nicht Ewigkeiten in den Kerl angucken, der mich erschossen hat. Das brauchen wir nicht. So, auf. Was machst du denn hier drin? Beweg dich mal, Jung. Hinter dir wird ein Punkt eingenommen. Beziehungsweise ist eingenommen. Ach, ich liebe meinen Schalldämpfer. Hallo? Guten Tag. Ist hier jemand? Nein, hier ist niemand. Prima. Meins. Meins. Ach, das wird so nix. Wah, 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 wah. Shit. Leute, so spielt man dieses Spiel nicht. Ja, gut. Wir nehmen weiter Punkte ein. Ihr verliert halt. Ist eure Schuld. Nicht unsere. Einsatzziel Alpha wurde gerade neutralisiert. Wir haben die Kontrolle über Einsatzziel Alpha. Weiter geht's. C wiederholen. Auf. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Auf, komm, go. So, wo sind wir? Da. Da. Sniper kannst du vergessen, mein Freund. Du kannst ja auf dem Dach sitzen, bis du schwarz wirst. Du willst dir keinen Blumentopf mit. Da. What? Bist du ein Böser? Ha. Ja, wahrer. Wah, 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 wah. Warum campt ihr da auf dem Dach, Leute? Das ist für'n Arsch. Das ist für'n Arsch. Das macht man nicht. Ich hasse sowas. Warum verlieren wir alle Punkte? Leute, es gibt mal Stoff auf jetzt. Unser Squad Leader gibt natürlich auch keinen Befehl, irgendwo hinzugehen. Hat er jetzt beide meine Männer da drüben erschossen? Wah, 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 wah. Wieder vom Dach. Wie, Hitmarker? Leute, das ist eine Granate. Wie kann man denn mit einer Granate einen Hitmarker kriegen? Na, 80 Prozent, okay. So, prima. Und jetzt Gas geben, bitte. Penner. Falls sich jemand angesprochen fühlt, der gerne bei Vorherrschaft auf dem Dach kämmt. Fick dich, Mann. Das ist nicht wahr. Ich muss übrigens dazu sagen, ich fluche normalerweise nie. Das ist eigentlich überhaupt nicht meins. Aber ich darf mich auch mal aufregen. Gerade bei so inkompetentem Mist. Warum muss ich denn jetzt bei dem raus? Ich will nicht bei dem raus. Das ist besser. So, auf, 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 geh hoch. Sorry, wollt ihr nicht einen Kick klauen? Wir haben Einsatzziel Alpha erobert. So, runter und rüber. Der hat ja massiv gelitten. Prima. Oh, halt nur zwei Punkte. Zwei Punkte ist okay. Bin ich blind? Ach, da liegt er. Will ich da jetzt hoch? Ja, da will ich hoch. Ja, genau, genau, genau. Nein, 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 nein. Meine Freunde. So läuft das nicht. Ich weiß, dass du da bist. Ich weiß, dass du gegangen bist. Meine Flagge. Ich hätte wetten können, der sitzt hier. Na gut. Die ganzen Coolen mit der Killer-KD, die sitzen nämlich jetzt oben auf dem Kran oder so. Und die, die Objective spielen, sind dann die, die ablosen, leider Gottes. Aber Hexen können wir auch nicht, ne? Oh, da ist noch einer in meine Claymore gelaufen. Apropos Claymore. Hört mal wieder Zeit. Wir halten schon wieder alle Punkte. Warum? Weil das halbe gegnerische Team ungefähr da oben sitzt. Na, jetzt kommen sie runter. Na, traust du dich? Traust du dich? Hast du Eier? Ne, hast du nicht. Na klar. Willst du ja in der KD nicht versauen, ne? Na gut. Es hatte zwischendurch was ja gefixt, dass man sich nicht gegenseitig, also erschießen konnte, dass beide gleichzeitig gestorben sind. Leider Gottes ist es jetzt doch wieder drin. Warum auch immer, keiner hat es gebraucht. Einer war halt immer schneller. Und wenn es irgendwie beide gleich schnell sind, dann wird... Hallo, ich will da hochwerfen. Fuck. Egal. Komm, auf. Ich will wieder rein. Och, wir haben gewonnen. Fantastisch. So, ich glaube, die Runde konnte man sich eigentlich ganz gut angucken. Schreibt ihr mir doch mal in die Kommentare, was momentan so eure Lieblingsmaps sind. Also, meine sind halt immer noch Vanilla und Second Assault. Beide werden leider nicht so viele gespielt. Finde ich relativ schade. Und mich würde einfach mal interessieren, welche Maps findet ihr denn geil? Also, spielt ihr immer noch gerne die Vanilla Maps, so wie ich? Oder seid ihr die, die immer sagen, wir müssen nur die neuesten Maps spielen? Mir ist es eigentlich immer relativ egal, aber wenn halt Vanilla kommt, freue ich mich immer ganz besonders. Ja, danke, dass ihr zugeschaut habt und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Euer Todkirchen. Daumen und Abo nicht vergessen, gell?